Gleich geht's los, ne? Was denn? Was denn? Komm, wir gucken uns mal hier das Boot an. Guck mal. Das ist kein Rettungsboot, habe ich gelernt. Das ist ein Boot, falls mal irgendwie jemand tatsächlich aufgenommen werden muss aus dem Wasser, dann wird dieses Boot verwendet. So, guck. Hier sind wir gestern, vor Donnerstag sind wir hier durchgelaufen, Messio. Das war noch richtig schönes Wetter. So, dann gucken wir mal hier runter. Du guckst nach vorne, habe ich gesagt, ne? Deine Aufgabe, immer nach vorne gucken. Also ich habe ja das Kind hinten drauf, oben drauf auf den Schultern. Deswegen muss ich da wirklich vorsichtig sein. Alles zu... Oh, wir sind in Bewegung. Wir sind in Bewegung. Ich kann hier die Kamera... Tschüss, dass die runterfällt. Kann er hier nur mit einer Hand gerade halten, ne? Machen wir es so. Und los geht's. Messio, wir fahren los. Ab nach Brunsbüttel. Ab nach Brunsbüttel. Weißt du, Messio, heute machen wir nur eine kurze Fahrt, ne? Das nennt man Mini-Cruise. Kostet 15 Euro pro Person. Wir sind hier am Stolbenhaft übrigens, ne? Das ist alles dicht. Das ist echt traurig. Corona lässt grüßen. Es sind auch nicht viele Leute da. Wie auch keiner groß durch den Zaun gucken. Ach ja. Kann ich alles verstehen. Ja. 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 Ja.